Jouvelin zu Schabalde und ihr seid ihr kommt zu einer neuen Folge von Minecraft Last, Leute. Und wir sind gerade in einer intensen Situation. Eigentlich hatten wir uns zum Krieg vereinbart, aber wir haben uns jetzt entschieden, unsere Gegner ein bisschen auszutricksen, weil sie besser equipped als wir sind. Das heißt, dass wir jetzt von hier verschwinden werden. Ja, wir sehen das hier wahrscheinlich nie wieder. Und die sehen uns hier wahrscheinlich her. Rabbis, die sind jetzt kurz davor. Die sind vor unserem Berg. Was hast du mitgenommen? Ja, du musst selber. Ich kann nicht alles in die Energest mitnehmen. Okay, alright. Das Wichtigste haben wir. Das Wichtigste haben wir, das Wichtigste haben wir. Hast du die Ender Chest, äh, hast du unten in der Enchanter? Hm? Kannst hier nochmal dein Inventar reintun. Hast du den Enchanter mit dabei? Ja, ja. Achso, fuck, mein TNT. Ja, hol, das ist wichtig. Leute, wir müssen hier so Sachen sagen. Die Felder unten hast du einfach gelassen, oder? Ja. Nee, ich hab die mitgenommen. Okay, perfekt. Hier ist noch Kohle. Clean Stone. Glas, okay, Glas. Bin ich mit. Weil, ey. Ich gucke jetzt nochmal die Kiste rein. Ist aber irgendwas wertvoller? Die sollen schön die Itemsplotten, die Itemsplotten ploppen. Okay. Eine Eisenachse. Die Eisenachse nehme ich mit gegen das. Eine Spitzhacke. Ach, hier ist ein Enchanter. Okay, die Spitzhacke bleibt weg. So. Tu mal deine Restlichen Items rein. Ich hab einen Platz noch. Okay. Ja, ich packe. Hast du alles reingepackt, was du mitnehmen möchtest? Warte, ich packe hier so einiges nochmal rein. I don't know. Wie weit sind die schon? Die sind jetzt vor unserer Base. Die sind am Sneaken. Ich muss jetzt aber Galerie aufmachen. Alright. Und zwar, ob ich ja den Spawnpunkt. Oh, fuck. Okay, 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 Leute. Digga, das ist echt, echt ein bisschen intensiv hier. Jetzt muss ich mir vorstellen, jetzt werden so Items gecrediert. So, Slash Spawn, ne? Ja, achso, machst du schon. Ich bin schon, ich bin schon. Alright. Okay, 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 jetzt muss es richtig schnell gehen. Okay, warte. Die sind hier zu diesem, wo wir gegrieft haben, weißt du? Mhm. Springen du als erstes runter? Digga. Springen du als erstes runter, du hast deinen TNT. Ja, ja. Geh. Boah, alter, das war jetzt knapp, war erst knapp, komm bitte. Boah, okay, okay. Okay, geradeaus, geradeaus. Okay, geradeaus. Die sind am Anfang nur geradeaus. Geradeaus. Boah, Digga, das ist... Park, ich bleib eng. Du bleib eng, scheiße, das ist so dunkel hier. Die werden, das wird nicht, wir haben jetzt spät irgendwie... Wir haben jetzt nur noch, okay, eine halbe Stunde hätten wir eigentlich, bis sie angreifen, ne? Vielleicht, wenn die, spätestens wenn die peilen, dass wir zu denen gehen, haben wir ein Problem. Okay, warte, 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 los, los, los. Deswegen jetzt. Okay, wo bist du hin? Woin. Äh, geradeaus einfach nur. Ja, ich seh dich nicht mehr. Ja, Emis, geh nochmal zum Spawn. Wie nochmal zum Spawn? Ja, so bist du denn lang. Ich bin hier. Ja, ist... Vor diesem Haus, wo wir die Energeste haben. Digga, das ist alles ein bisschen dunkel hier, Mann. Wer macht den Shader aus? Digga, ich brauch das aber fürs Feeling, Mann. Wo bist du denn hin? Da, 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 ich bin hinter dir. Jetzt glaubst du, komm rechts. Cool, geh, da, komm mit. Okay. Komm mit, komm mit, komm mit. Alright. Geh weiter, 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 weiter. Oh, Digga. Leute, 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 Leute. Das wird... Die sind ungefähr genauso schnell wie wir. Hä, wo sind die denn? Nein, nein, nein. Ich gucke gerade die Aufnahme, wie wir zu Dingen gehen. Achso, okay. Weil, Leute, ich merke euch nur eins. Was macht ihr so? Ach, was macht ihr so? Äh, äh, Enchanten im... Nein, 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 nein. Achso, okay, ja, nein, nein. Enchanten. Ne, 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 weiter. Wir sind im Fichtenbaumwald. Jetzt habe ich geschrieben und nicht geguckt. So, warte mal. Ne, ich glaube, die sind jetzt bei uns. Ja, ja. Die sind bei uns. Aber da du jetzt geschrieben hast, Enchanten, wissen die jetzt, dass wir lügen. Nö. Wenn die bei uns sind. Okay, die sind da so weiter rechts, so. Okay. Okay, spätestens jetzt könnten die sowieso nicht mehr so viel machen. Boah, Leute, Leute, Leute. Ab geht die Pulsie. So, jetzt gleich müssten wir... Da oben ist die Base, glaube ich. Wo? Was jetzt, glaube ich? Irgendwo hier müsste jetzt in der Nähe eigentlich direkt die Base sehen. Okay. Wenn wir hier hochgehen. Alright. Und wenn wir die Base haben, bauen wir alle Kisten ab und du zündest deinen TNT. Ich glaube, ich habe ein bisschen von meinen TNT in die Ender Chess gepackt. Ja, da rechts. Komm, komm, komm. Ja. Ja. Alter Schede, leck mir die Eier. Okay, warte. Dass ich das noch erlebe. Oh, geil. Setz mal die Ender Chess hin. Nein, 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 wir gehen erst zu denen. Okay. Komm. Ich weiß nicht, wie das im Stream aussieht von denen. Alter. Die Base hier ist aber nicht so fett. Nein, aber hier die Ender Chess. Die ist geil. Hier. Oh, für einen kurzen Moment hätte ich schon gedacht, dass ich meinen TNT vergessen habe. So, wir looten jetzt alles. Wir looten jetzt alles. Okay. Ich baue alles ab, was wir nicht brauchen. Oh mein Gott, hier ist Rüstung. Hier ist Rüstung. Ich hole mal die ganzen Scheißsachen aus der Ender Chess raus. Junge, hier ist geile Rüstung. Fuck, die haben das gesehen. Was haben wir? Die haben das Schild gesehen. Okay, es muss schnell gehen. Okay. Rames, die werden jetzt nur ihre Wäldchen gehen. Okay. Die haben das Schild gesehen. Die werden jetzt. Okay, die sind unterwegs. Fuck, ja, okay. Dann zünde ich. Dann mache ich hier schon mal alles bereit, Mann. Ja, zünde, zünde. Zünde noch nicht. Zünde noch nicht. Zünde noch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Rames, zünde. Die sind unterwegs. Okay. Komm. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Warte, warte. Ich muss die Ender Chess noch abbauen. Die sind drei Meter von uns entfernt. Weg. 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 Lauf. 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 Geradeaus. Geradeaus. Rames, ich korrigiere die. Okay. Die haben es noch nicht gecheckt. Die haben es noch nicht gecheckt. Okay, okay. Wir laufen einfach geradeaus. Alter, lauf. Lauf, 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 lauf. Die haben es nicht gecheckt. Die gucken nur zu uns. Oh Gott, Digga. Die haben es nicht gecheckt. Oh shit. Warte, sind die noch? Nein, die sind noch bei uns. Echt? Ich mache jetzt so. Junge, die sind noch bei uns. Ich gucke jetzt gerade den Stream. Digga. Wir haben alles geschleppt. Lauf unter Leben, Mann, lauf. Nein, die sind nicht bei uns. Egal, Digga. Lauf, 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 lauf. Lauf, mit rechts, ich will ja. Die Schwächlinge, wir haben alles gesprengt. Digga. Geiler. Loot. Okay, ich cut jetzt Leute, damit ihr nicht seht, wie wir langgehen. Ja, machen wir, mache ich auch, Alter. Usch. Digga. Okay, komm, 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 komm. Renn erstmal. Wir rennen jetzt 20 Jahre. Und nicht essen vergessen. Okay. Ja, die sind beim Spawn. Egal. Junge, die haben es gecheckt. Digga. Renn. Schaust du gerade ihren Stream mit in den Bayern oder was auch noch? Ja, die streamen ja, deswegen musste ich ja, wo die wohnen. Da, ein bisschen glück zu reagieren im Pass. Alter, Leute. Ich... Ja, stimmt, Alter. Ich habe ja gerade einen Cut. Alter, Digga. Ich stream die wieder. Ich cut hier. Digga, wir haben den gerade so... Die sind halt gerade so auseinander. Da haben wir sie genommen. Alter, Leute. Ihr könnt euch gerade gar nicht vorstellen, wie wir glücklich sind. Ja, okay. Übers Wasser, übers Wasser. Okay, Leute. Die haben nichts mehr. Die haben nur noch ihren guten Loot. Okay, wir rennen weiter. Und wir sehen uns nach dem Cut wieder. Alter. Nein, Remis, wir rennen noch weiter. Ja, wir laufen so weit bis... I don't know. Leute, legt euch niemals mit der Gemeinde an. Niemals. Oh, Digga. Dann seid ihr selbst schuld. Ich weiß, das hat mich so krass an letztes Mal, als ich mit denen gechillt habe, und der einfach meine Base aufgefackelt hat und geschrieben hat. Wir sind noch zu. Ach, man, geil. Ja, gut. Aber das schild mit ihr... Ihr seid... Wenn ihr das jetzt seid, die behindert, das ist doch einfach Gott gewesen. Alter. Ins neue Leben. Oh, fuck. Ey, wir könnten auch zusammen fahren. Echt? Oh. Ja, warte. Ja, genau. Ich hab noch eins. Leute, wir fahren jetzt erstmal... Alter, Leute. Wir fahren jetzt und verlassen die Stadt. Und verlassen alles. Und lassen alles hinter uns. Remis und ich werden zusammen Kinder irgendwie bekommen mit den heißen Freunden, die wir im Chat haben. Und wir machen gleich diesen Cut und sagen, dass die Jungen zu Hause sind. Ich glaube, ich hab mein Bett nicht mitgenommen. Ich hab... Ich hab... Junge, die sind bei dir jetzt. Ich. Die sind jetzt bei dir. Mal. Warte, bleib mal stehen. Warte mal, ich schreib jetzt. Erinnerst du dich noch? Du dich noch? Legt euch nicht mit der Gemeinde an. Legt... Digga, genau das hat er reingeschrieben, nachdem er bei mir gespringt hat. Legt euch nicht mit der Gemeinde an. Digga, jetzt. Digga, jetzt. Jetzt hab ich ihn einfach alles genommen, was an seinem Lebensräuber. So Leute, wir sind hier jetzt in Utopia angekommen, im Prinzip, Leute. Und zwar, Leute, das ist jetzt hier unser neuer Ort. Hier leben wir jetzt ab jetzt unser Leben. Und hier wird's dann losgehen. Und zwar ist das jetzt hier... Ähm, wir sind jetzt hier in unserer neuer Ort, Leute, nachdem wir bei denen gesprengt haben, so. Ganz wichtig noch an euch, Leute. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt auch nicht irgendwie persönlich was gegen die, sondern das ist nur fürs Projekt. Nur in Minecraft. Wollt ihr jetzt ein Kampf? Ey, dass die... Ne, ich antworte da nicht drauf. So, Digga, dann... Ich warte jetzt nur noch darauf, dass wir... Bis sie eine neue Base haben. Und das einmal wieder. Wir kämpfen gegen die und sprengen wieder alles weg. So Leute, ich würd' dann mal sagen, die soll's von dem Video gewinnen sein in der neuen Base praktisch, Leute. Und ja, schaut bei dem NHB vorbei. Link in der Videobeschreibung. Das gleiche bei dem für Reamus. Schaut seine Folge an. Da seht ihr's vielleicht aus einer anderen Sicht. Da würd' ich mal sagen, haut rein, macht's gut. Und ciao. Ciao. Ciao.